Ach, herrlich. Duisburg-Beek. Die grüne Lunge NRWs, ein richtig schönes Fleckchen Erde. Und hier werden inmitten in dieser Paradieseschnee-Dülle absolute Killermaschinen. Ausgebildet und trainiert, die wirklich im Zweifel sogar den Kopf abbeißen können. Und was die so drauf haben, das guck ich mir jetzt mal an. Guten Tag, hallo! Hallo! Hey, das sieht sehr richtig aus. Wir haben hier alles Polizisten. Ja, sehr gut. Ja, würde ich mal sagen, hier bei der Police Academy für Hunde. Lass direkt mal in die Vollen gehen. Ich möchte angefallen werden. Ja, aber nicht mit den Klamotten. Da musst du dir noch ein bisschen was anderes einziehen. Aber das können wir dir gleich geben. Habt ihr was da? Ja, ja, haben wir da. Ist das ähnlich stylisch? Ja. Hey, hallo! Das sieht ja richtig gut aus. Klamotten sind geil. Was ist das jetzt? Das ist ein linker Schutzarm. Ah, da kommt der Arm rein? Ja, da musst du deinen Arm jetzt reinstecken. Und dann kann das gleich losgehen. Der Hund ist schon aufgewärmt. Oh, das ist der? Das ist mein Hund? Der ist aber sauer, oder? Der ist sauer. Ist das denn, aber das wirkt aber nicht, auch das hier wirkt, ist das, bist du fest hier? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber du musst ein bisschen vorsichtig sein. Aber das passt du schon. Komm. Wir fangen jetzt mal mit der ersten Übung an für dich. Okay. Der Devil ist schon vorbereitet. Das haben wir gerade schon gesehen. Okay. Bist du bereit? Nee. Überhaupt keine Alternative. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Andrea. Das ist der ewige Zweikampf. Killermaschine gegen Hund. Oh, der weiß ja, wo es ist. Irgendwie ist das da auch. Komm mal, zieh mal hoch. Versuch mal hoch. Zieh mal hoch. Aus, 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 out, stopp. Oh, der hat, ey, die hat, guck mal in diese Augen. Ist das ein deutscher Schäferhund? Nein, ein belgischer. Belgischer, naja, dann ist klar. Ein deutscher Schäferhund, der wäre jetzt Zucht und Ordnung, der würde ausworten, aber diese belgischen, diese Pommes-Vernichtungsmaschinen hier aus Brüssel. Aus. Ah. Lass mal los. Darf ich raus, das ist für einen? Ja, alles gut. Prima. Der ist halt, der beißt aber durch den Handschuh, ne? Nur so als Tipp, jetzt mal so, also Stift und Magen testet der jetzt hier durchgefallen, Freunde. Ist doch gar nix. Ist doch noch nimmer rot. Ja, bisschen. Was, wo, sieht einer was? Also, ich seh nix. Wenn ich dem Hund wehtue, Leute, dann sagt mir Bescheid. Ich kann auch ein bisschen, ich kann auch ein bisschen weniger machen. Wusst ja nicht, dass ich mit einem Haufen Pussys drehe. Okay, dann starten. Geil, der ist falsch. Versagerhund. Oh Gott. 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 Okay, gefunden. Gefunden. Spielstab. Spielstab. Freio. Hier ist Freio. Hier ist Freio. Hier ist Freio. Ich möchte Augenkontakt vermeiden. Sofortgefunden ist was anderes, Xenon, ne? Erstmal falsch gesucht. Vorrangig. Okay, 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 lass kommen, lass kommen, lass kommen, lass kommen, lass kommen, lass kommen. Hier, Fuß. Fuß. Ja, du hörst auf ne Frau. Ich hab mich nie erschrocken. Der hat genau so viel Angst vor mir, wie ich vor ihm. Jetzt kommt der letzte Kandidat, den wir für dich ausgesucht haben. Was ist das denn? Das ist der Hund. Das ist Amigo. Ist doch kein Hund. Einer von unseren Westen-Kumpeln. Also ich würd sagen, viel Spaß. Da haben wir ja vom Halter schon Angst. Amigo heißt Freund, ne? Ja. Alter, der rotzt ja alles voll hier. Der ist ja, den läuft ja fast am Hund, hat der Richtige. Aber hier oben kann mir nix passieren, den kriegt der Amigo mich nicht. Der rotzt ja alles. Ah! Oh, Alter! Okay, okay, okay. Das ist ein Mann, der Mann. Ja, ja, ja.